Kapitel 16 Walpurgisnacht Als Faust Mephisto schnaufend einholte, waren die beiden bereits knapp über dem Fuße des Berges. Es war wahrlich beeindruckend, zwischen all den Lichtern herumzuwandern. Oh, Mephisto, was macht man auf dem Blocksberg eigentlich so? Eigentlich nur Schwachsinn, meinte Mephisto. Aber ist echt ein Wahnsinnserlebnis. Faust war neugierig. Er freute sich schon, endlich auf den Gipfel gestampft zu kommen. Und die Bude da oben unsicher zu machen, wie Mephisto es wahrscheinlich ausdrucken würde. Faust konnte es gar nicht schnell genug gehen. Er betete. Der Weg nach oben möge sich doch ein wenig verkürzen. Offensichtlich wurde er auch erhört. Denn so wie er diesen Gedanken getätigt hatte, hörte er auch ein lautes Wihorn hinter sich. Panik machte sich schlagartig in Faust breit. Der verrückte Kutscher? Hier? Jetzt? Das konnte doch nicht sein. Bevor er zu Ende denken konnte, wurden er und Mephisto aber bereits irgendwie, sie wussten gar nicht wie genau, auf den Wagen gehievt. Und Faust fand sich auf einer Bank auf der Kutsche wieder. Die Kutsche selbst war brechend voll von skurril aussehenden Menschen, die über noch skurrilere Dinge sprachen. Den Großteil der Fremdwörter, die vielen, hat er noch überhaupt nie gehört. Was Faust aber am allerskurrilsten erschien, war die Tatsache, dass alle Passagiere der Kutsche seelenruhig da saßen und die Fahrt offensichtlich sogar genossen? Urplötzlich blieb der Kutscher stehen, so plötzlich, dass es rein physikalisch schon nicht möglich gewesen wäre. Der verrückte Kutscher drehte sich um und Faust hörte zum allerersten Mal dessen Stimme, als dieser verkündete. Unsere zweiwöchige Reise zum Blocksberg ist nun beendet. Vielen Dank, dass Sie sich für Redarius' Tours entschieden haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Mit lautem Gemurmel machten sich die anderen Passagiere auf, die Kutsche zu verlassen und die Masse ergoss sie auf den Gipfel des Blocksbergs. Der Kutscher selbst stieg von seiner Kutsche und bing an Seelenruhig eine Pfeife zu rauchen. Im ganzen Trubel fiel es Faustschwer, Mephisto zu finden. Nach einigen Minuten gelang es ihm allerdings. Mephisto war aber auch nicht zu übersehen. Er stand vor der Kutsche und war ein schallendes Gelächter ausgebrochen. Als Faust ihn nur fragend anblickte, sagte dieser, Der amoklaufende Kutsche war gar kein Amokläufer. Der war nur ein Busfahrer. Und bei diesem Satz brach er zusammen und kugelte sich vor Lachen auf dem Boden. Faust seien an. Dann brach er wie auf Kommando ebenfalls ein schallendes Gelächter und leistete Mephisto auf dem Boden Gesellschaft. Ein paar Minuten später hatten sich die beiden beruhigt und standen inmitten der Menschenmasse auf dem Gipfel des Blocksbergs. Ein wirklich tolles Erlebnis war es allerdings nicht. Auf dem Gipfel gab es überhaupt nichts zu sehen, außer vielleicht ein paar Menschen, die Erdnüsse und Gummibärchen verkauften, was auch immer das sein sollte. Faust begann schon ernsthaft sich zu fragen, was er hier überhaupt sollte. Doch seine Frage wurde bereits in diesem Augenblick beantwortet. Mit einem irrsinnig lauten Wusch-Geräusch, das alle Unterhaltung der Leute und sogar diese Elektro-Pop-Musik durchbrach, verdunkelte ein riesiger Schwarm fliegender gebildeten Himmel. Erst beim näheren Hinsehen realisierte Faust, dass es sich um Besen handelte. Perfekt synchron flogen die Besen eine schöne Schleife, um dann urplötzlich in den Sturzzug überzugehen, Faust schaute entsetzt auf die Besen, hob die Hände vor das Gesicht und machte sich so klein wie möglich. Alle anderen blieben ruhig stehen und hatten nichts als ein paar merkwürdige Blicke für ihn übrig. Im nächsten Moment offenbarte sich Faust auch, wieso. Neben jeder Person blieben mitten in der Luft plötzlich ein Besen stehen. Faust inspizierte ihn interessiert. Er hatte keine Ahnung, was jetzt geschehen sollte, bis Mephisto ihm. Du musst aufsteigen, zuflüsterte. Faust ging ein Licht auf. Er gehorchte und kraxelte umständlich auf den Besen. Ein paar Sekunden vergingen, bis wirklich alle ihre Besen bestiegen hatten. Und dann wurde pures Adrenalin in Fausts Körper gepumpt, als alle Besen einfach so abhoben und mitten in den Himmel schossen. Faust hatte noch nie so Angst um sein Leben gehabt, also klammerte er sich verkrampft an seinen Besenstiel fest und versuchte, möglichst nicht loszulassen. Die erste Minute auf dem Besen war der blanke Horror, aber die folgenden waren wunderbar. Wie oft hatte sich Faust gewünscht, den Boden hinter sich zu lassen und in den Himmel empor zu steigen. Und dieser Wunsch war ihm letztendlich tatsächlich gewährt worden. Faust jubelte und schrie auf seinem Besen in blankerer Euphorie. Alle Sorgen, die er um Valentin oder Gretchen hatte, flogen einfach von ihm ab und er fühlte sich, als könnte er alles tun, was er wollte. Und so ging es noch einige Minuten hin, bis sich schließlich direkt vor dem riesigen Besenschwarm ein großes Loch mitten im Himmel auftat. In dem Loch offenbarte sich ein riesiger Tunnel, der in den sattesten und schönsten Farben leuchtete, die Fausts Augen seit langem genossen hatten, und alle Besen flogen direkt in ihn hinein. Das Besenreiten im Tunnel machte Faust unglaublichen Spaß, sodass er ein wenig enttäuscht war, als sie alle den Tunnel verließen und darauf auf den Boden ankamen. Der Besen landete sanft einen halben Meter über dem Boden. Es bot sich an, von dem Besen abzusteigen und den Boden wieder zu betreten. Weshalb Faust, so wie alle anderen auch, das auch tat. So fand sich Faust in einem gigantischen Areal unter einer halbtransparenten Kuppel, die wohl einen bestimmten Bereich abtrennte. Das Gebiet erschien so groß, dass jeder Versuch, diese Kuppel tatsächlich zu erreichen, komplett sinnlos erschien. Der ganze Bereich unter der Kuppel war voll von Zelten, kleinen Hütten und Verkaufsständen. Was Faust aber wirklich die Luft wegnahm, war eine wahrlich gigantische Bühne im Herzen des Areals. In etwa so groß, wie Fausts Anwesen multipliziert mit fünf. Auf der Bühne waren einige Leute mit bizarren Musikinstrumenten, wie Faust sie noch nie gesehen hatte. Und machten genauso bizarre Musik, wie Faust sie noch nie gehört hatte. Aber sie gefiel ihm. Einer, der Musiker auf der Bühne, brüllte, als alle aufhörten zu spielen. Vielen Dank, Leute. Die nächste Nummer widmen mir König Oberon und Königin Titania, die heute ihre goldene Hochzeit feiern. Daraufhin begangen alle Leute, schlagartig zu jubeln. Mephisto legte eine Hand auf Fausts Schulter. Beeindruckend, nicht wahr? Habe ich zu viel versprochen? Das hatte er beim besten Willen nicht. Faust schloss seine Kiefer, das, wie er eben jetzt bemerkte, eine beachtliche Distanz zwischen Unter- und Oberlippe zurückgelegt hatte. Und stürzte, Mephisto am Arm gepackt, darauf los in die Menge. Er hatte keine Zeit zu verlieren. Er besah allerlei Apparaturen, Kessel, Elixiere, Zauberstäbe, Tiere, Zutaten für Zaubertränke, Ohrringe, Lebensmittel und Kieselsteine. Er besah wirklich alles, was man hier in der Walpurgisnacht sehen konnte. Und zwar so lange, bis Mephisto dem einen Riegel vorschob. Junge, mach mal halblang. Ich komm dir gar nicht nach. Und deshalb zerrte Mephisto Faust in ein kleines Lokal, um einen Schluck zu trinken. Der Ober knallte Faust mit den Worten, Drei Zahler. Ein übel, aber hochinteressant riechendes Gesölfen Faust in seinem Erkundungswahn trank den ganzen Krug in einem Zug aus. Dann klappte er bewusstlos auf dem Tisch zusammen. Mephisto und der Ober sahen ihn mit dem exakt gleichen skeptischen Gesichtsausdruck an. Mephisto bezahlte dem Ober die drei Thaler und begann langsam sein eigenes übel, aber interessant riechendes Gesölf zu schlürfen. Nach etwa drei Minuten wachte Faust wieder auf. Er analysierte kurz sein Umfeld, um zu sehen, wo er war. Dann wollte er sein übel, aber interessant riechendes Gesölf ein weiteres Mal leeren. Er bemerkte dann aber, dass es bereits leer war. Enttäuscht stellte er den Krug wieder auf den Tisch. Er wartete noch kurz, bis Mephisto sein Getränk beendet hatte, und dann schossen die beiden wieder durch die Tür. Faust hitzte mit einem Tempo, neben dem ein Vogelstrauß alt ausgesehen hätte, durch die Straßen. Und zwar exakt so lange, bis er sie sah. Faust bremste so rapide, dass er drohte, einen unfreiwilligen Salto hinzulegen, und fiel auf den Boden. Er schaute auf. Nach wie vor war sie da. Dort stand Gretchen. Inmitten der Leute. Einfach so. Alle schlechten Emotionen, die Faust dank des Walpurgis nachts fest verdrängt hatte, sprudelten wieder in seinem Kopf. Ohne nachzudenken, sprintete er los, in Richtung Gretchens. Es waren noch geschätzte fünf Meter. Er setzte zu einem Endspurt an um, um seinen Kopf kurz darauf im direkten Kontakt mit einer Glasscheibe vorzufinden. Nein, das fühlte sich anders an, als die weiche Haut, die Faust erwartet hatte. Gretchen war aber nach wie vor da. Ja, sie stand direkt hinter der Glasscheibe. Nur fragte sich Faust, wieso sie sich nicht umdrehte. Oder wieso ihre Haut heller gewesen war, als er sie das letzte Mal gesehen hatte. Oder wieso ihre Ellbogen mit Schrauben befestigt waren. Er löste sich von der unbequemen Glasscheibe und beäugte die Situation erneut. Er stand vor einem Laden und war offensichtlich gerade volles Karacho gegen ein Schaufenster gebrettert. Er schaute die Schaufensterpuppe im Inneren an. So im Nachhinein sah sie nicht wirklich aus wie Gretchen. Die gebildete Stirn pochte gefährlich, als Mephisto lachend hinter ihm erschien. Zugegeben, die Situation musste lächerlich ausgesehen haben, aber Faust war momentan überhaupt nicht zum Lachen zumute. Er ließ sich traurig auf eine Parkbank fallen, die zufällig in der Nähe stand. Was soll das, Kleiner? Wollte Mephisto wissen. Bist du jetzt eingeschnappt, nur weil du dich gerade blamiert hast? Nein, antwortete Faust leise. Mir ist doch gerade wieder in den Sinn gekommen, wie aussichtslos die ganze Geschichte ist. Gretchen ist todtraurig und höchstwahrscheinlich schwanger und ihre Familie ist tot. Mephisto seufzte und setzte sich neben Faust hin. Naja, schon, aber pfeife auf die. Jetzt amüsieren wir uns erstmal und dann machen wir uns Sorgen. Keine Widerrede. Er schaute sich ein wenig um. Und ich weiß schon, wie ich dich wieder aufheitern kann. Mephisto deutete auf eine Hütte, unweit von der Parkbank. Faust schaute etwas misstrauisch. In einem Freudenhaus war er wirklich noch nie gewesen. Und einige Stunden später befanden sich Faust und Mephisto wieder auf dem Weg zu dem Platz, an dem die Besen warteten. Eine gigantische Menschenmenge, die ebenfalls zum Blocksberg musste, tat es ihnen nach. Völlig synchron zischten die Besen gegen Himmel und wurden in 20 Metern Höhe von einem riesigen, farbenfrohen Loch verschluckt.